servus leute euer mr zopf hier ja wie euch vielleicht vorstellen könnt klappen einige aufnahmen sei es auf dem sportplatz wo wir damals noch da sein durften oder sei es hier nicht immer so wie sie sollen und es gibt sehr sehr viele sage ich mal fail clips die nicht nur mir passieren sondern auch kein geringeren als unserem prachtlachsblick des grillenden flöten franzes das ist nämlich auch aus einem sagen wir aus einer failaufnahme entstanden diesen clip die möchte ich euch heute am siebten türchen nicht vorenthalten und ich würde sagen clip ab take 2 so heute noch mal auf ganz uralte und total hässliche qualität ich habe es anders nicht hingekriegt ich wollte eigentlich anders machen wollte es nicht mehr so hässlich machen also heute noch mal mit bildschirmaufnahme der gewinner von 10 euro amazon gutschein ist tommy kano 11 jawoll der allerechte na so ein zufall tommy herzlichen glückwunsch du kriegst gleich eine nachricht von mir fokus funktioniert auch wieder einmal frei top top